aber was bauen wir in der küche ja da drin würde ich sagen ja wir können ja also wenn es fünf sind könnten wir doch theoretisch auch ach jetzt sehe ich das hier nee das war ja vorher moment jetzt die küche der küche brauchen wir nicht ist eine biker küche ist sie schon drin die kann man reparieren jetzt hier habe ich jetzt mal das ist das lager oder wir sehen das alles gar nichts kannst nur du echt aber das lager auch nicht hier das könnte doch das lager da sehen wir diese diesen diese kiste die da ist aber ja wie gesagt diese ganzen was werden jetzt diese ganzen erweiterungen und so kannst nur du sehen das finde ich halt so scheiße war eigentlich müsste ich ein komplett eigenes spiel machen weil ich keine ahnung von der hälfte ab von dem was hier abgeht das stimmt aber auch keine rechte oder so übertragen kannst weißt du wenn uns die recht übertragen könntest dass wir das dann sehen das wäre ja auch noch okay weil wir machen das ja alles für die allgemeinheit dass ich das meine ich bin ja hier bei dir auf dem server wohl für dich die sachen sozusagen kann aber nicht sehen und nichts machen das finde ich irgendwie blöde auch das auch mit diesen sachen die er labert jetzt irgendwas von selten die nicht mehr gesehen hat ja vorratslieferung keine also bei der base ist alles weg ja ist alles weg hast du geguckt hast ja da steht nur noch eine krankenstation zwei parkflächen eine feuerwerke und die offenen slots sind offen also wo du zwei sachen gebaut hast ja aber das heißt man muss diese werkstatt wieder neu bauen alles ne ja das heißt soll ich die jetzt neben die andere ne stopp hier ist eine werkstatt autowerk vorhanden ja habe ich da eben gesagt das ist sogar eine werkstatt wenn wir brauchen wir haben was zum anbauen und irgendwas mit wasser herstellen also ich kann außenbetten und ich kann eine krankenstation bauen die haben wir auch nicht ich kann hier einen garten anlegen aber wo bauen soll ich denn hier hinten hinbauen wir haben aus den von achten wo bist du ja außen ist doch gut für den garten dann macht doch hier drin die krankenstation die fahren kann das ist der garten das ist der garten aber der wird noch gebaut es wird langsam eng genug wir sind gerade erst umgesiedelt blöde also war ich drin die kraftstation ja genau ja aber das mit dem garten ist gut ich habe ganz viele samen unterwegs und so vieles relativ nahe wo wollte jetzt die krankenstation hier in s bereich ja hier machen wir den auf die kranken oder toten oder wie auch immer gerade durchlaufen die blande jetzt echt liegen oder was das ist die küche schon fertig also die küche kann man jetzt aber die erste eben gebaut oder repariert habe ich sie nur die war nur die war nur kaputt was ist denn hier drin hier drin ist jetzt auch eine werkstatt in der destellerie drin leute heute abend gibt es pommes wir können schnaps brennen hier ist ja da drin in ich kann sie nicht benutzen anscheinend nicht aufwertung an sind erweitertes lager schwerlast lager aufwertung kosten wissen über konstruktion also die ach das fehlt mir ich brauche dann diese bücher wahrscheinlich wo man das wissen dazu hat ja ich hab dir wissen über medizin gegeben das könntest du vielleicht dann hier benutzen ist sicher dass die küche fertig ist weil die kann man nicht benutzen also hier ist das hier ist gerade weggegangen jetzt ist wieder da also hier steht was heißt also die krankenstation kannst jetzt benutzen können also ich könnte jetzt ressourcen herstellen jetzt braucht bei irgendwas hier also hier habe ich ja nicht gar nichts machen der garten ist abgeschlossen gucken ob ihr den garten benutzen könnt schick aber benutzen kann man auch nicht ja super kann ich das jetzt nur das konnte ja weil du der inhaber bist das kotzt mich ja also nicht dass du der inhaber bist aber das kotzt mich ja so anderen im spiel dass du zusammen spielt aber irgendwie doch alleine was ich mache noch mal medizinische was ist denn mit mit sagen brauchst du für irgendwas sagen um das herzustellen die haben wir hat da schon gehabt ja dann gibt er macht keine muss ja ich hatte mal autowerke verwendet benzin effektivität aufwertungs kids die autowerkstatt versorgt uns mit ach so die kann man dann hier herstellen mechaniker lernen aber die könnte mir ja mal ich kann ich kann lernen ich habe jetzt nicht mehr doch ich habe genug ich habe aber auch 75 schrauben aber ich kann es nicht machen wenn der überlebende der diese fähigkeit verwendet die mechaniker fähigkeit bereits besitzt ach so die fähigkeit hast du das jetzt habt ihr mal geguckt ob die fahrzeuge auch hier sind also hier ein tatsächlich gerade waren vier stück jetzt alle wohl okay also hier stehen die kosten die kosten kann ich auch ausgeben die habe ich hast du gehört ich kann es aber nicht machen also ich soll jetzt erst mal werte die kommandozettel und errichte betten um die moral zu verbessern kann ich in betten betten wollen konnte ich auch irgendwie aber wo er rechts 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 wo lassen jetzt schon wieder hin ja jetzt hier ist es vielleicht und da kannst du das ja ja ich denke mal hier dann machen aber wenn er dann links läuft natürlich nicht ja doch da hinten ist genau das gleiche auf der anderen seite aber ich kann hier keine betten bauen mehr warum nicht lass jemand übernehmen oder zerlegt es ich kann es zerlegen zerlegt doch eins und bauen betten zerlegt also baue betten hin und da hinten das lassen wir mal da kann man wechseln auf der anderen seite es dauert aber ein bisschen das dauert gleich auf der hälfte es gibt dann wieder materialien aber das ist echt bescheuert dass ihr das nicht benutzen könnte das finde ich hoch gemacht hätten sie irgendwie anders machen sollen was man doch die küche abreisen und eine neue entsetzen ja im endeffekt ist das spiel war sie so ausgelegt dass du es eigentlich alleine spielen sollst du darfst es nicht mit anderen zusammen spielen also jetzt von den sachen die du machst hier ist weg ich weiß nicht ob das also so viel verweckt dann kannst du das erst machen oder also neu machen aber du kannst dir andere leute einladen die dir quasi bei größeren bossen helfen so verstehe ich das jetzt aber geht er baut die bonnet betten denn das sieht zwar irgendwie aus wie ein werkzeug wie wir in werkstatt deswegen auch betten das kann ich auch noch verlegen wenn ich das auch zerlegt habe ich noch einen platz frei aber dann können wir nicht mehr wechseln ich weiß nicht wo man dann wechseln soll lasst das mal mit dem rechte das kann sich auch ja müssen aber auch immer noch zu dem einen hin andererseits der basis natürlich auch wichtig ja aber wir können das ja wir können ja schon mal warte mal überdachte betten bauen abgeschlossen das heißt ach nee natürlich können wir was anderes bauen weil in dem bett können können wir doch wechseln klar so ich habe den jetzt erst mal eine pistole reingetan 20 das ist auch die noch eine aufwertung ja ich denke mal hier werden wir uns jetzt was länger erst mal niederlassen das heißt aber wir könnten eigentlich das doch abreißen hier und noch was anderes hierhin machen aber ja mal kann man denn da die betten benutzen spiel ich warte erst mal wegen hallo ach so jetzt stehen hier betten ja der du kannst dich jetzt da auch umändern also auf einen anderen charakter gehen ja sollen wir dann jetzt eben mal diesen typ da besuchen das ist ja nicht so weit jetzt warte mal eben bin ich schon müde aber der guckt irgendwie gerade so ein bisschen komisch ach wahrscheinlich weil der vom leben ja nicht mehr so dolle ist auch mensch tussi gehen wir mal aus dem weg raus ich habe nur noch drei schuss ja ich habe auch irgendwie bei mir zeigt da an als wenn als wenn ich irgendwie verletzt wäre aber ich kann mich nicht heilen ja doch mit mit den erste hilfe sachen und so also die verbände und erste hilfe packs das problem ist die erste hilfe packs können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen es sei denn du hast die sachen zurückbekommen von dem was jetzt von hinten geholt haben vielleicht hast du die irgendwo jetzt im inventar also in dem ding ist ich bin ein guter soldat ich trainiere meine ausdauer ich kann das schmerzmittel nicht nehmen das ist auch kein schmerzmittel das sind verbände dadurch scheitern die verbände habe ich ja drin aber die funktionieren nicht nutzbar dadurch habe ich jetzt ein halbes leben wieder ne krieg ich nicht du bist doch nicht verletzt wenn du ihn benutzen kannst ja man ist doch er hat ja gesundheiten ganzen enge weg und vor allem wie verletzt du bist die basis auf immer fröhlich also die sind schon mal zufrieden zeigt er mir an jetzt waren freundlich stand eben gar nicht fröhlich ja gut das können wir zum beispiel auch nicht sehen wie die basis ist wir können den ganzen kram der eigentlich wichtig ist für spiel können wir alles nicht sehen wir sind nur deine lakaien er weiß immer das erste mal ich habe das erste jahre und so ein köst oder war ein schreier oder war scheune man zombie da war mal ein zaun ist besser als hier rechts im kopf kann sie noch was machen schießt also der typ selber hier dieser händler den sollen wir retten oder helfen ja quasi als 9 ne was die anzubieten haben sollen mit dem handeln ja ja die hat weg weg hier weil er hat panik habe ich gerade irgendwie also gartenbuch um fähigkeiten zu lernen könnte ich kaum ja er macht das das haben wir jetzt habe keine durch die basis habe ich ja mal keine punkte mehr ach so ja warte mal dann kauf ich das ja aber das problem ist wenn du das kauf ich hab'n ghetto blaster ja ich hab dir die sachen doch eben auch alle gegeben wer denn der otis mit dem kann ich nicht handeln mit dem her cameron mit dem kann ich auch nicht handeln also das buch musste doch irgendjemand beibringen dann oder musste irgendjemand auswählen der das dann macht ja genau ich habe jetzt alle drei angequatscht aber mit denen kann ich alles nicht handeln wie mit dem rot ist auch nicht ich kann mit dem sprechen ich habe immer noch mit dem quatschen können aber ich kann nicht sonst nichts machen recht mit rote okay das ist wahrscheinlich jetzt ein für das gartenbuch ja meinst du ja aber kannst du das nicht auch gartenwerk könntest du sonst auch noch aber ermöglicht die erhöhung von erträgen und den anbau von medikamenten ja gut dann ist das natürlich besser wo bist du ich bin hier ich möchte gerne auch noch was sehen die leute drin das problem ist ich kann es nicht benutzen du musst es mitnehmen und da musst du sagst ja du musst glaube ich erst ein upgrade machen wie bei dem anderen wahrscheinlich doch das konnte ich jetzt benutzen dass man konnte ich benutzen habe ich ihr müsst den rest hier durchsuchen ich habe hier sonst der typ der letztliche nicht durch mich an also das ist das einzige zimmer wo ich noch nicht reingekommen ja jetzt lass mich oder ich hab mir den ghetto blaster und ich weiß nicht ich habe ich den ghetto blaster wohl junger geht doch mal aus dem weg aus ey das ist so ätzend mit denen ich bin jetzt durchs fenster ich habe klamotten um eine lederjacke schokolade habe ich immer das auto hier hast du frei gemacht ja das hast du leer gemacht ja ja ich glaube ich bin hier fertig ich guck mal nebenan mal eben eine scheune kann man eigentlich auch in den wohnwerkzeug und meine mein bein ist auch kaputt ich glaube ich muss das unbedingt reparieren wo ihr müsst unbedingt hier zur scheune kommen das ist doch noch nicht fertig äh stimmt wahrscheinlich weil ich nichts nichts kaufen konnte container sagte mir wirklich suchen noch ja das ist ein riesending ich weiß nicht was du da kriegst und links ist auch noch irgendwas für dich eine armbrust wenn das orange schrank guck mal hier ist noch was für dich und blau ist ja auch das ist doch noch eins für mich klamotten und hoodie standbohrmaschine und schaltkreise hier sind noch zwei gelbe und ein blaues in der ecke das war das mal mein fehler hat eine 9 mm waffe ich habe da zumindest patronen für ich weiß jetzt gerade nicht ob ich ja behälter mit honig lebensmittel reserve nehme ich mal mit ja das sind sachen ich denke mal die brauchen was gehen hast du die sachen noch nicht gemacht es gibt ja klamotten ohne ende er macht das erst mal alles ins auto was so zwischendurch also falls ja gut ich erst noch auf orange wo ich stehe ja ja weil drin ist noch zweimal ach so orange warte mal das bin ich ich quatsche aber noch mal mit dem links vielleicht muss ich irgendwas bei dem kaufen egal was ob es aber ein bisschen muss verkaufen kostet ja verkaufen dadurch oder ist noch mal so ein dicker bei uns in der nähe recht hoch ein ganz großer wenn wir wieder rausfahren gleich ich kaufe mal irgendwie irgendwas was günstiges wo ist er jetzt wieder nach armbrust gefunden optional sagt dass du kein interesse hast handelt in einer beliebigen ich weiß ich krieg hier keine ausdauer mehr ich muss eigentlich mit dem wechseln aber ich kann jetzt nicht mittendrin mit dem wechseln er guckt dich an welcher von denen beide gucken dich an bin gar nicht da also ich habe bald keine ausdauer mehr das problem ist nur der las muss noch ganz viel hinten rausholen ja ich habe aber nicht mehr so viel platz ja tu die sachen ins auto habe ich dir gesagt und hol dann die sachen raus das auto ist voll mach das mal mit messer oder so das sieht richtig geil aus ich habe jetzt mit dem gehandelt handeln auch für einen beliebigen ressourcen rucksack sag mal wollt ihr mich jetzt verarschen jetzt will er das noch behandeln ich habe noch drei plätze frei also wenn du was loswerden ist nee ich kann kein kaufen ich soll ihm ich könnte ihm ein verkaufen was ich jetzt nicht mehr kann es irgendwas nutzloses vielleicht verkaufen das dann punkte um irgendwas um 1 jahre ich ja weil du kriegst ja dann ganz viele punkte hier draußen blickt noch was macht das für mich ja cool ich habe nur ein kanister jetzt habe ich noch zwei plätze frei steht dieses sache sind auch noch zwei plätze frei jetzt habe ich mit ihm gehandelt darüber und weg super geil das sollst du ein ressourcen pack nehmen habe ich ja gemacht aber was brauchen wir denn am besten also es gibt abgezöpftes benzin essen essen ja benzin ist wahrscheinlich am besten oder medikamente und materialien isolierband also für materialien also gibt es auch ja du kannst das nur sehen wie viel wir haben immer wenn es nicht mehr benzin einfluss ist erschöpft also er gibt mir kriegen jetzt bessere preise in der zukunft wir sind jetzt superpartner und freundlich die überlebenden sind freundlich ok wer dann macht dich jetzt mal im auto noch leer da kannst du noch zwei plätze machen ich kann noch ein oder zwei sachen annehmen und dann willst du mal die sachen aus der scheune alle ja ich habe jetzt platz aber ich würde aus der scheune war da echt so viel noch nicht klar dass du auch nahrung raus munition hast du gesagt hast du liegen gelassen ja ja und eine und l3 schaltkreise hier so elektro schaltkreise mit nämlich du weißt nicht wann du die kriegst weil die sind sehr selten habe ich das gefühl und ein waffenrucksack wir sollen auch dringend nach hause oder zombies sind ja dann fahren besonders schnell ist auch eine quest die habe ich auch nicht pass aber auf den dicken auf der ist quasi direkt hinter dir also ich bin fertig in der gemeinschaft ziel und kann beansprucht wenn ich komme aber habe ich nicht drin oder alte mann schon wieder ich warte hier stunden lang ja das liegt an seiner mütze hier warum komisch da da links von mir steht er explodiert nee der so heftig war ich würde aber gerne wissen hier in der scheune glaube ich auch noch was holen da müssen wir auch noch mal zurückgehen später ich bin vorne muss ich bin ach nee ich konnte sie nicht machen weil er daran liegen wahrscheinlich fest wird sind ich dachte hier sind die zombies ja bevor die nach hause kommen jetzt zu mir war klar ich kann nichts machen der macht kaputt doch hat er schon ich habe auch keine ausdauer um irgendwas zu machen das ist ja mein komisch mit dem jetzt war mal gegen den ok jetzt habe ich das gehirn raus geholt was das ja also wenn ich nicht bald zur basis kommt kippe ich wahrscheinlich hier irgendwo um oder so ich weiß nicht ganz unten mittlerweile wo ich muss auch hier meiner muss auch schlafen geben jetzt ja weil er hat fast nichts mehr hier haben muss ich jetzt die baste sagt es doch ja ja aber wo ist die andere karre hingekommen die wenn du sagst die stand hier die stand doch rechts oder welche meins jetzt die standen vorhin da hinten war einer blinde gerechtigkeit habe ich freigeschaltet das ist ja es auch jetzt müssen wir auch töten hier die standbau maschine kannst du in der werkstatt machen warte die kann ich dir geben bevor ich hier um besser nicht bleib mal hier ich gibt es sonst um ja moment ich muss das eben ins lager bringen ich kann nicht warten ich muss mit den anderen ja ich machen bin ich gleich tot oder so keine ankommen wo bist du denn leg dich mal hin da wo das pinke rucksäckchen gibt aber das ist doch das ist eine standbau maschine für eine werkstatt kann ich das kann ich jetzt aufhören wenn man kann ich lebensmittel anbauen ich weiß nicht ob das direkt benutzen kannst vielleicht muss ja erstmal was upgraden oder so aber hauptsache man kann da was machen guck mal der eine ist sich hier mit als gärtner am beschäftigen du kannst denen ja auch bestimmte skills nach einer zeit warte mal wie ging das jetzt in menschen wenn ich doch hier wo die fertigkeiten sind da müsst ihr mal darauf achten wenn das wenn du lange mit eingespielt hast gehst du auf diesen steckbrief also im inventar und dann zweimal nach rechts ja dann gehst du auf den steckbrief und dann musst du mal gucken unter fertigkeiten irgendwo da drunter muss da stehen da steht dann die kann ich jetzt schon spezialisieren die sterne voll sind ja ach nee doch die sind auch voll kann durch durchsuchen von containern und hinrichten von zombies die hätte auch noch lebensmittel drin wähler eine spezialisierung erhöht die ausdauer kapazität für leichte gegenstände und waffenhaltbarkeit oder erhöhte tragekapazität in das ist gut insbesondere für verbrauchsgegenstände und armbrustbolzen wiederverwendung also ich hab's dir jetzt erklärt du weißt jetzt wie man es macht las nichts verstanden wissen dass die halbe miete aber ich habe ja das habe ich jetzt auch bekommen kein erhöhtes lager ja super wieso habe ich das jetzt extra gemacht wenn ich nicht mehr tragen können oder ist ach so warte mal die munition ist jetzt unten drin das ist ja cool was man hier alles machen kann kann man hier vergrößert die tragekapazität erheblich verringerte ausdauer nahkampfkosten gut für schwere waffen sprungtritt und schlagkraft wird freigeschaltet ihr auch ein externes ziel jetzt bekommt das habe ich eben schon gesehen das externe ziel also sie ist jetzt nicht also jetzt ist die basis nur noch stabil bei mir weil du die ganze zeit so aufknallen lässt oder wie ne keine ahnung ich kann die tür wieder nicht zu machen mach zu ne von der ja keine ahnung vom befinden her ich laufe mal eine runde um den block hier aber hier hört sich fast an wie clodet nein ich schaff keine ganze runde solchen herz wäre auch hier noch ja ja das ist immer immer noch da seit wir da umgezogen also vorher hatten wir das im haus ist jetzt auch schon wieder gelb da unten wo wir gerade waren ja deshalb ist wahrscheinlich stabil gerade hier ist nämlich auch gelb das kann ich hier ne kann ich nichts mehr machen der macht gerade lebensmittel anbauen ja also ich habe alles wieder reingetan ich kann jetzt aber auch nichts anderes machen grad warte mal direkt bei uns ist ein ziel jo hier sind zwei auf komplett kampfstudio bauen willst du musst mit den aaron sprechen aaron? ist das nicht aaron hier? das ist boah in der küche vorhin ne ne ich habe aaron bei mir zeigt er das alles das bahn ach ne moment dass er kein kampfstudio bauen will ja habe ich ihm gesagt lecker ich habe es nicht mehr dass er so viel kampf wird kampf die Vielen Dank.